Du möchtest dich für einen Masterstudiengang an der HHU bewerben? Wir zeigen dir, wie du vorgehst. Wenn du deinen Bachelor woanders als an der HHU erworben hast, musst du in unserem Bewerbungsportal eine Eignungsfeststellung durchlaufen. Wie die genau funktioniert, erklären wir dir im Video Eignungsfeststellungen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Wenn du aber deinen Bachelor bei uns an der HHU erworben hast oder erwerben wirst, solltest du als erstes in unserem Studienangebot nach deinem gewünschten Masterstudiengang suchen. Dort siehst du unter Bewerbungsart, was der nächste Schritt für dich ist. Je nach Studium musst du entweder ebenfalls die Eignungsfeststellungen mitmachen oder dich über diese Bewerbungsart bewerben. Dazu findest du das Video Orts NC HHU Master. Und hier oben startest du deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.